Sommer, Sonne und Strand. Damit verbindet man normalerweise ferne Urlaubsorte. Doch ganz in der Nähe lockt der Twistesee mit zahlreichen Freizeitaktivitäten und Sportmöglichkeiten. Bei angenehmen 26 Grad Wassertemperatur wird am Sandstrand gebadet und geplanscht. Um den See näher kennenzulernen, werden direkt neben der Liegewiese Tretboote verlieben. Wer sich lieber außerhalb des Sees bewegt, für den ist die in sanften Hügeln gelegene Neunloch-Golfanlage ein optimales Ausflugsziel. Folgt man dem steilen Weg zum Strandbad weiter bergab, trifft man auf die etwas veralteten Umkleidekabinen und einen Kiosk. Dort erfrischt man sich mit Eis oder kühlen Getränken. Für Wasserratten in jedem Alter hat Werner Hartmann eine der aufregendsten Sportmöglichkeiten parat. Etwa 100 Meter abseits des Strandbades bietet die Wasserskianlage ein lastes Vergnügen. Mit etwa 30 Stundenkilometern werden hier Skiläufer über das Wasser gezogen. HNA-Redakteur Nikolaj Ulbrich hat sich auf die Bretter gewagt und versucht, bei dieser wackeligen Angelegenheit Halt zu finden. Schwimmweste und Skier sind auszuleihen, sodass außer einer Portion Mut und etwas Kleingeld nichts weiter für diesen Nervenkitzel nötig ist.